Ich habe es die ganze Zeit gewusst und niemand hat mir geglaubt. Das muss ich sehr verzichten. Heute ist ein sehr, sehr besonderer Tag. Liebe Leute, ich kann es einfach nicht lassen, bis zur Vollversion heute Abend zu warten. Und da ihr mir unmissverständlich zu erkennen gegeben habt, dass ihr Bock habt auf Hello Neighbor Mods. Hey Community, noch mal fragen, Bock auf Mods in Hello Neighbor? Testen wir doch einfach mal noch kurz 1, 2 an. Nicht? Doch, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Dieses wunderschöne Level heißt... Also es hat einen Namen, ja, so viel steht fest. Where is my Neighbor? Und hier geht es darum, dass... Barnung, massiver Spoiler, wir unsere Nachbarn suchen sollen. Schätze ich jetzt mal. So ganz frei. Aus der Leber weg, ne? Alter, sag mal, hat hier jemand lang gebohnt, oder was? Muss ich auch aufpassen, dass ich nicht ausrutsche hier auf der Straße. Also, Eiskunstlauf ist da. Oh, schade, ich tue es nur diesem prachtvollen Reihenhäuser an. Das wurde einfach komplett einmal drum rumgezogen. Was zum Teufel ist das? Geschätzter Fensterdurchmesser circa 20 Meter. Ja, also da soll sich mal noch jemand um mangelnden Lichteinfall beklagen. Du, dem werde ich auch was erzählen. Klingel weiß ich auch noch nicht so richtig, wo sie hingehört. Wow. What? Ich habe gerade versucht, ein Vollbild anzumachen. Oh! Ja, das... Ich finde das cool. Ich finde, so sollten wir spielen. Ey! Ey, das ist doch cool, oder? Boah, lass uns mal so spielen. Das ist ja voll geil. Warte mal, da hinten sehe ich in der Ferne jemanden lungern. Aber ich glaube, das war nur eine Fata Madonna, Leute. Meine Augen wurden... wurden optisch, wurden die getäuscht. Habt ihr doch schon mal Gras auf Red Bull gesehen? Ach süß. Bist du mit deinem kleinen Sohn unterwegs? Tja. Kleiner Funfact, Leute. Die Autos können niemals diese Straße benutzen. Wenn mich meine Instinkte nicht täuschen, dann müssten wir, glaube ich, hier rein, oder? Okay, oder auch nicht? Ich gehe ja schon. Nee, so einfach lasse ich mich nicht aufhalten. Trotty Boy! Ja! Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber irgendetwas in mir sagt mir, dass wir da rein müssen. Und hier haben wir vielleicht zur Abwechslung mal ein Level, was wir auch tatsächlich irgendwie durchspielen können, oder? Wir müssen scheinbar unsere Nachbar finden. Was zum Teufel, Alter? Richtige 3 Tonnen Heimkinoanlage. Ja, da wird ja nichts gespart. Also wir brauchen einen grauen Schlüssel, einen blauen Schlüssel und eine Brechschüssel, glaube ich. Was zum Teufel ist denn hier eigentlich los? Oh, Kindergeburtstag. Ich bin gar nicht eingeladen. What the? Okay. Der Nachbar, der sitzt doch hier im Kühlschrank, oder? Oh, der ist aber zumindest versorgt. Das sehe ich doch gerne. Der ist hier irgendwo drin. Wir müssen da gar nicht rein. Das war eine Lüge. Meine Instinkte haben mich getäuscht. Oktisch haben mich getäuscht. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall erstmal die Schlüssel suchen. Was ist denn hier mit den Zauns, Alter? Das ist ja gar nicht übertreten. Verstehe. Okay. Ja. Ja. Okay. Alles klar. Ach, guck mal. Das ist aber süß. Das ist das hausste Ending-Scene. Cool. Der hat daraus einfach... Alter. Ein kleines Puppenhaus gemacht. Ich glaube, der wohnt da drin oder so. Ich lasse das mal liegen. Das ist mir viel zu abgefuckt. Und hier, Leute. Eine Xbox. Na ja, wie machen wir denn das jetzt? Wir müssen das irgendwie stopfen da oder nee? Wir müssen diesen Hebel abschießen, wetten? Hat ja gut geklappt, Seth. Könnten natürlich auch versuchen, irgendwelche Kisten zu sammeln. Guck mal. Guck mal. Ich habe hier was herausgefunden. Moment. Moment. Wenn das klappt... Super! Funktioniert perfekt jetzt. Oh, 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 oh. Oh. Ach so. Das hat doch... Wie zum Teufel hätte ich denn da drauf jetzt kommen? Ich habe gedacht, ich muss... Okay. Okay. Reden wir einfach nicht drüber, ne? Gehen wir einfach rein und halten unser Mäulchen. Ich passe ja trotzdem nicht rein. Ich höre da drin irgendwas schlürfen. Aber ich habe das Gefühl, so ganz funktioniert es nicht. Ich komme da einfach nicht rein. Oh, guck mal. Da ist noch ein Bild. Moment mal. Das werfe ich mal ab. Vielleicht kommen wir da irgendwie da raus oder so. Oh, verdammt. Bim. Und da stürzt das Spiel ab. Wunderbar. Nice. Klasse. So, Leute, jetzt nochmal ganz langsam. Wir probieren das jetzt nochmal. Passt auf. Und das Spiel stürzt nicht ab und das Sesam öffnete sich. Wie ich sagte. Was macht denn ihr zwei da? Hi. Das ist ja großartig. Man hat ja einen Hut aufgedeckt. Oh, Herr. Irgendwer hat hier richtig seinen Uhu-Stift vergewaltigt. Die Boys hier rücken sich nämlich nicht von der Stelle. Ich frage mich, ob man hier hochklettern soll. So scheint es zumindest, ne? Ich meine, der Pfeil kann mir auch sonst was sagen. Ich habe ja keine Ahnung. Hip. Hip. Machen wir da was? Außer Fernsehempfang? So, ich glaube, dass... Nein, 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 nein. Ho, 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 ho. Bleib da stehen. Bleib ja da stehen. Ich warne dich. Ich habe eine Waffe. Ho, ho, ho. Hopp. Yeah. So, und nun? Ach hier, guck mal. Ich habe mich schon gewundert, warum meine Züge immer Verspätung haben. Deswegen. Ja, äh, und nun? Der dort drinnen, der könnte sich über mangelnde Lichtverhältnisse beschweren. Definitiv. Apropos da drinnen. Äh. Oh, ich wollte gerade sagen, eventuell ist der Nachbar hier, aber ich denke mal, diese Theorie hat sich soeben selbst widerlegt. Also ich weiß jetzt halt gerade ehrlich gesagt nicht, was wir hier sollen. Verdammt, ich komme mir nicht mehr raus. Ach, guckt mal. Ohne es zu wissen, habe ich es bei diesem Durchgang aus Versehen geschafft. Dass das Gitter da ganz oben ist. Ich meine, what? Wie hätte ich denn das abpassen sollen? Ich sehe das noch nicht mal. Aber, okay. Nein, beschwer mich halt nicht. Lass mich jetzt rein. Nein, ich kann immer noch nicht rein. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Oh, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Moment mal. Kann ich durchschießen? Oder auch nicht. Also ich gebe mir Mühe. Verdammt sind wir gut. Verdammt sind wir gut. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Schlüssel und dann könnten wir... Oh. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wo Schlüssel sind, Leute, dann... Was haben wir denn jetzt hier drin? Können wir das hier ausprobieren? Oder ist das hier einfach ein bisschen Dekoration? Jetzt können wir es dann aber tatsächlich schaffen, hier reinzugehen. Wo war denn das? Ach, verdammt. Das funktioniert alles nicht. Oh. Es ist tatsächlich irgendwer. Müssten wir jetzt den rausfinden? Die haben mir die Tür dahingestellt, damit ich das versuchen kann. Wow. Das ist an sich ziemlich smart. Okay. Oh, tatsächlich. Tatsächlich, Freunde. Moment, 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 Moment. Jetzt müssen wir nur noch die Keycard finden. Und natürlich, ähm, das Brecheisen. Und eine Brechschüssel. Sind wir das hier überall? Verdammt, hier noch nicht. Ach. Okay, gehen wir erstmal da runter. Oh, oh, oh. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden, Mama. Ich kann es aber nicht aufheben, weil ich voll bin. Nein, geh weg da. Dankeschön. So, das Schloss haben wir jetzt offen. Jetzt halt nur noch die Keycard. Die wird mit Sicherheit im Kühlschrank sein hier, oder? Oh, Alter. Schreck mich immer hier dezent. Hier gibt es auch noch eine rote Tür, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Wow. Das ist richtig was zum Durchspielen. Okay, Leute. Schreibt mir bitte unten in die Kommentare, ob ich das mal, ja, durchspielen soll. Ich denke mal, im Keller oder was das auch immer ist, wird einfach nur der Nachbar rumhängen oder so. Und dann haben wir es prinzipiell gewonnen. Aber es ist eine schöne Herausforderung. Es ist nett gemacht. Und mal zur Abwechslung was, was auch tatsächlich funktioniert. Es ist ja auch schon mal was, nicht wahr? Okay. Verzeihung. Hello Neighbor Alpha X. Fand ich auch einen ganz interessanten Namen. Fast so interessant wie dieses Meisterwerk der Tuning-Kunst hier, Leute. Die Farben sind in dem Level offenbar schon schlafen gegangen. Aber wir haben hier eine kleine To-Do-Liste. Visit Brother. Das ist absolut die gleiche Schriftart. Das ist richtig legit. Was ist das? So sit here. Warum ist unser Bruder nochmal eine neongrüne Schrift? Ich glaube, genau das müssen wir herausfinden. Oder grüß dich. Darf ich dir das bitte mal klauen? In eurem Haushalt scheint es recht dunkel zu sein. Das ist eben das Problem bei diesen ganzen Mods. Aber ich habe das Gefühl, das liegt prinzipiell auch an mir. Also ich weiß, dass andere YouTuber damit auch Probleme haben. Deswegen fühle ich mich mal nur so minimal stupid. Aber die Mods sind prinzipiell zu dunkel. Ich kriege auch immer einen Haufen Fehlermeldungen. Ich habe das Gefühl, dass der einfach nicht alle Shader, nicht alle Texturen, nicht alle Belichtungen lädt. Und ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Ich mache es genauso, wie es beschrieben ist, wie man das alles ankriegt. Aber ja, ich check es einfach nicht. Ich sage mal hier... Ahaha, what the... Okay, lasse ich dich halt. Wo ist denn jetzt meine Lampe hin verschwunden? Die hat sich irgendwie aufgelöst. Oh nein, oh nein, jetzt habe ich hier so eine Kerze. Die bringt einen Scheiß, warte es mal an. Das ist... Warum... Das ist ein Generator, das... Okay. Oh, hier haben wir noch eine Lampe gefunden. Also Gott sei Dank. Gott sei Dank. Kein Plan, wo ich hin muss. Und den Fahrstuhl hier benutzen, oder was? Hier geht es auch noch raus. Oh wow. Genau. Hallo? Wow, ich habe das Gefühl, das ist größer als gedacht. Oh Gott, kommt der her. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Oh, eine blaue Lampe. Genau, wir haben heute mal alles anders. Optische Schönheit wird ja garantiert, Leute. Ja, ich habe euch doch gewarnt, RTL zu gucken. Guckt lieber, Seth. Vom Niveau her zwar gleich, aber ich habe weniger Kalorien. Alter, das ist voll das Riesenhaus, habe ich das Gefühl. Wir müssen uns drumrum slängeln. Und dann... Auf den nicht texturierten Boden. Genau, genau. Das ist, was wir tun sollen. What the fuck? Hilfe! Hilfe! Über den Wolken! Alter, der kommt! Der Schriftzug kommt! Er kommt mich holen! Oh, hier lacht was. Hört ihr das? In dem Turm. Ihhh, Alter, das ist mega creepy. Ich gehe da jetzt mal wieder runter. Oh wow, ich habe einen Geheimraum gefunden. So geheim ist der wahrscheinlich gar nicht. Kann man das hier anmachen? Easy. Was? Hier steht alles unter Wasser. Oh! What the fuck? What the fuck? Was? Ich checke gar nichts, Mann. Ich sehe vor allem auch nichts. Also ganz schick ist das ja, muss ich sagen. Aber okay, Leute, ich glaube, so funktioniert das nicht. Ahaha! What the hell? What the hell? Oh, ey! Ich habe mich gerade so erschrocken. Ich werde nur noch versuchen herauszufinden, wie das hier funktioniert. Wie ich dieses Engine-Ding ins hier richtig zum Laufen kriege. Irgendwie scheint das noch komplizierter zu sein, als ich dachte. Oh, da haben wir ein kleines Neues. Aber da sehen wir irgendwie schon das Problem. Viele Mods sind einfach ziemlich, ziemlich random. Die haben irgendwie einen coolen Namen, irgendwie eine coole Idee. Aber irgendwie steht man da mittendrin und checkt gar nichts mehr. Das, was ich als erstes gespielt habe, war schon, äh, ja, na gut im Stil von Hello Navers. War prinzipiell nur so ein Custom-House. Das hat mir aber Spaß gemacht. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Oder beim letzten Mal diese Wasserpistole. Fand ich super nice. Schreibt mir eure Mehrungen dazu. Gerne mal unten in die Comments. Äh, auch gerne Mod-Empfehlungen. Auch gerne, wenn ihr selbst eine gemacht habt. Und dann würde ich sagen, mir drängt ein bisschen die Zeit. Ich muss heute noch Simulac raufnehmen. Ich bin ausmacht am Ende nicht da. Heute Abend kommt noch die Vollversion von diesem Baby hier. Und, äh, da sehen wir uns wieder. Also, bis dann, Leute. Ich habe noch eine Menge Aufnahmen heute vor mir. Und, ja, wünsche euch dann viel Spaß in den kommenden Videos. Und rein. Tschö.